Aufnahme Starten Es ist gestartet und herzlich willkommen Zum ersten Reaction Video von Keksi Keksi Und meiner Wenigkeit hat sie Dadurch, dass der Motorradführerschein noch 2-3 Tage auf sich wartet und heute ist er grau Und wir nicht wissen, was machen wir am Freitagabend Haben wir gedacht, wir gucken uns mal ein Video an Und schauen mal, was wir da so schönes haben Ausgesucht Sie ist schuld Ihr seht es ja hier schon im Hintergrund Die 10 lustigsten Momente Motorradfahrer Momente, Motorrad Die 10 lustige Momente Motorradfahrer Gut, wir reagieren hier schon alleine auf diesen Titel Mein Gutsar Kauf dir mal Komm, guck dir mal Also nicht lachen Challenge funktioniert Hier glaube ich nicht Ich glaube, das wird schief gehen Gut, wir Ich versuche nicht ins Mikro zu spucken Ich sitze ja vor dem Mikro zu glück Gut, so, wir gehen rin Ich habe hier nicht nur so eine Pupel oder so Weißt du, wie so ein Das erinnert mich gerade an so eine Der Schlüpper, der blaue Von ihm hier Ja? Der hier Erinnert mich gerade so an diese Sumoringer-Schlüpper Weißt du? Und der hat Geil Besonders auch die Sturmmasken dazu Sind der Bruder Aber wie er anfeuert Ja Gasbubbel Oh, jetzt hat er seine Mütze sogar noch verloren Was macht der denn? Was war das denn? Was war das denn? Das war definitiv ein 12-Zinn-Nag Hat der keinen Motor gehabt? Oder warum haben die das gemacht? Ich habe es gar nicht gepasst Warte, wir gehen nochmal zurück Doch, Mutter ist schon dran Geil Oh Oh ja Sehr schön Oh, es scheint von vorne gerade sehr stürmisch zu sein Deswegen ist der Bauch da vorne auch gerade so Ähm, ja Oh weia Oh weia Ja Ja Okay Hast du das noch gerade gesehen? Okay Das sah ich doch aus Aber trotzdem Respekt Es sieht aus, als er bei seiner Hose Genau, das habe ich auch gerade Ja, guck mal Genau in dem Moment Sieht gerade so aus Das werden voll der Hintern Aber guckt Oh weia Ist eigentlich Aber was ist daran jetzt wirklich lustig? Außer, dass er vielleicht nackt fährt Und man Also halbnackt Und diese Halbnackt Ja Also finde ich das jetzt Also ist schon wieder ein Stück Diskriminierung Eigentlich Wenn man das jetzt lustig betitelt, oder? Ja, ich finde es jetzt nicht lustig Weil er macht es ja gut Ja Na gut, wir gucken mal weiter Okay, weiter Oh, jetzt hier Oh, oh 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 Oh, Respekt Ohne Ton Er macht Superman Oh, gerade Oh, oh, oh Habt ihr gesehen? Der hat sich gerade noch so gefangen Guck mal, pass mal auf Aber lustig war das jetzt Nee, aber pass mal auf Wie der sich gefangen hat gerade noch so Also sieht es zumindest so aus, ne? Pass auf hier Und jetzt merkt ihr Oh, shit Gerade noch so Ja, aber das sind doch die Lustigsten Videos Oder lustige Motorradvideos Und das ist kein Motorrad Ist ja am meisten Hab ich bis jetzt Äh Das ist auch nicht lustig Nee Okay, wenn wir jetzt die Wenn wir jetzt hier so eine Challenge gemacht hätten mit Nicht lachen, dann hätten wir gut beim ersten Film hätten wir da verloren Aber jetzt nach den anderen Videos Das stimmt jetzt nicht so Nicht so der Brüder Aber wir gucken mal weiter Der hat hinten schon nur noch Slicks drauf Da ist schon gar kein Profil mehr Das sind definitiv Kinder auf kleinen Pitbikes oder sowas Ich rasch da aus, Alter Ich rasch komplett aus Da sollte man vielleicht so Räder entwickeln, die hinten so eine Schaufelräder haben Ich glaube, die gibt es sogar bei irgendeinem Traktor Ja, oder am besten Flügel, die sich ausfallen, wenn sie ins Wasser kommen Natürlich Flügel oder so eine Flügel Nein, die dann an der Seite so hoch gehen Wenn man ins Wasser geht Dann geht die gleiche an der Seite hoch Und dann ist man nur noch so Mit dem Flügel auf dem Wasser Und dann wie so ein Rot halt Also ihr Lieben Also du musst ja trotzdem Gas geben, damit die Räder sich bewegen Aber den Gluck hast du nicht unter, wegen Flügel Ah klar, gut, ihr Lieben Motorradhersteller Ihr habt jetzt neue Ideen Sammeln können Das ist witzig Ja Also entweder haben sie Motorrad geklaut Und er träumt gerade noch davon Oder er möchte sich eins kaufen Oder Er ist einfach so Oh Gott Geil Man könnte auch denken, der ist leicht auf irgendeinen Film oder so Schön Oh, jetzt zieht es weiter Oh, schön Oh, 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 oh Was für eine geile Maschine Alter, auf dem Platz, Junge Oh 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 Ja, voilà Und tschüss Oh, tschüss Ah Guck mal, da oben sitzt er, also jetzt erst Und er steht da mit einem anderen Bike Oder was Ich kenne auch nicht, die Qualität ist so minder, minder, minder Oh Ey, das ist Ey, da, da erinnere ich mich Stopsen Ähm, äh, 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 domino 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 Au, 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 die putzelt da war und hier runter Erst Erstens Der Wind Zweitens Guck dir mal das Guck dir mal das Dach an, bitte Ist ein Dach Ja, 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 ja Das ist eine Klimaanlage Wie guckt der da Das Irgendwann schon, ich weiß Ey Oh, fang Warum Wieso Wieso macht man so was Warum Vor allen Dingen Wie schleppt man erstmal sein, 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 sein kleines Motorrad da oben auf dem Dach Und wieso überhaupt Ja, klein, das ist nicht mal klein, das war ja schon ein bisschen größer als hier Wieso tut man so was Guck mal, wie er sich aber rinnt Also es ist jetzt nicht lustig und Nee, das ist eigentlich eher so ein bisschen Das ist einfach dumm Bescheuerter Naja, gut, okay, der ist noch ganz Ja, du Volllappen Also erstens das Und zweitens Guck mal, wie der rauf André, der Kumpel Ich habe gerade spontane Ideen für unser nächstes Fotoshooting Ja Okay, weiter Oh Gott, da ist ja noch einer Wollten ja so einen Schlüpper Das ist doch Das ist doch ein gestelltes Bies Ja, natürlich Natürlich Aber Am geilsten finde ich ja seinen Schlüpper hier, warte Guck dir das an Guck dir diese Pobacken an Sie sehen gut aus Oder? Bei der Videoqualität Oh Gott Auch noch voll Komm, wie er da drauf sitzt Also der andere So Wir lassen sie kurz wirken Weiter Oh Gott Das wird Das wird immer näher Alarm Alarm Guck mal, die macht mich Ja, ja, wie er sich freut Ja, wie er sich freut Na, nur los Kick an Der ist voll am ausflippen Ich würde genau so ausflippen Das sind wieder typisch Frauen Das sind wieder typisch Frauen Wir Männer regen uns auf Wir Männer sind tierisch am Ende unserer Kräfte Und was machen die Frauen im Hintergrund Filmen uns Und lachen dabei Na ja Na, helfen kann man aber eh nicht Guck mal, wie fies der im Hintergrund Er so Ja, komm, Bro Weißt du, was du für ein Problem hast? Ich roll hier so vor mich hin Ja Na klar Guck mal Der Esel, der erregt sich auf Weil er seine Kamera nicht ankriegt Und der So ganz zu dem Thema Guck mal Guck mal Du mal groß bist Kannst du das auch Genau Das ist so fies Und das ist jetzt lustig? Auf was fährt er da? Das hört sich an, als wenn er auf Blechdosen fährt Oder nur noch auf die Felgen Oder so Aus der Hochzeit So Blechdosen hinter sich herzieht Guck mal, wie viel das sind Das sind eins, zwei, drei, vier Ja, aber mir fällt immer der Titel ein Aber wenn ich so Nee, das ist schon so ein klingendes Crossbike wahrscheinlich, wa? Hm Ja Gut Ähm Das war das erste Video War jetzt War unheimlich War toll Und war auch total lustig Wenn ihr Ideen habt, auf welche Videos wir mal reagieren sollen Dann Haut es in die Kommentare Aber sowas von Danke fürs Zusehen Reingehauen Tschö mit Ö Achso, Kanalrandalieren Und so weiter Bis zehre, ne? Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal